Der Herr antworte dir am Tage der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke aller deiner Speiseopfer und dein Brandopfer achte er für Fett. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alle deine Ratschläge. Wir wollen jauchzen ob deinem Heil und im Namen unseres Gottes die Fahne entfalten. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun habe ich erfahren, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, dass er ihm antwortet von seinem himmlischen Heiligtum mit den hilfreichen Taten seiner Rechten. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber erhoben uns und blieben stehen. O Herr, hilf dem König, antworte uns am Tage, da wir rufen.